und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge ja und jetzt die erste folge nachdem wir hier wieder angefangen haben sozusagen neu anfangen wie schon sehen könnt habe ich schon ein paar tiere geteilt das war halt damit ich besser fahren kann also einmal hier den pronto der war dahinten zwischen den beinen zwischen den steinen hat er festgepackt und es war ein jugendlicher habe ich mir einfach gesagt so kommt die teams jetzt mal der macht ihr auch kein schaden ist erstmal gut dann ist hier unser spaß natürlich dodo ich hab die halt alle nicht benannt aber egal dann habe ich hier auch noch ein lustrosaurus der war so schön high level da habe ich gesagt komm den nehme ich auch noch mit genau jetzt habe ich ein dodo geteilt und jetzt letztes mal ich ja gesagt man kann dodos und dankbeetles ja hochheben so und jetzt zeige ich euch das mal so hier das sieht dann so witzig aus ich finde das immer wieder gut ja das ist so großer dodo kannst dann tragen und dann kannst du damit umgehen und zum beispiel tschüss weg dodo das ist voll coole coole sache so geht dahin und dann haben wir auch noch mal trike level 117 und da hinten ist noch ein anderer trike das war entschuldigung auch ein baby trike der ist aber jetzt schon ausgewachsen und jo dann hier habe ich schon mal vorbereitet für etwas was ich gleich noch machen will sage ich aber jetzt zeige ich euch gleich zeige ich euch jetzt erstmal das haus was ich hier gebaut habe also ihr könnt es ja von hier schon sehen das ist so ein ganz normales klotzhaus mit da ja es wird noch ein bisschen mehr ausgeschmückt so und dann geht es hier rein dann habe ich hier schon mal die zwei weil wir haben ja ein bisschen obsidian durch die natürlich im server reset war ja dann auch dabei habe ich dann hier für die artefakte für die zweite season eingang gestellt hier sind die kühlschränke dieses bett verlagerfeuer und dann habe ich hier oben auch schon weiter gebaut hier mit schränken zwei vorzustehen schon hier smithy und das ist eigentlich ganz cool also da geht es gleich hoch das kann ich euch erst mal zeigen also hier habe ich auch schon die schränke bisschen benannt und so dann habe ich jetzt hier so ein aufgang gemacht so ein drittes stock was sie reinkommt weiß ich noch nicht also ja wird mal sehen aber ich habe mir so gedacht noch mal so eine treppe ist eigentlich langweilig aber das ist eigentlich auch ganz cool ein bisschen formelarbeit damit das auch hier oben zu ist aber nach der zeit geht das dann und da hat man halt hier die mortars ist auch ganz gut versteckt versteckt halt untergebracht auf kleinem raum ziemlich viel zeug und aber jetzt genug geredet über das schöne haus ich habe jetzt vor eine brücke von hier nach der drüben zu bauen denn das erleichtert mir den weg dann doch einiges wenn ich so zum beispiel jetzt sagen wir mal da drüben sind ja wohl die renos t-rex oder so klar ich kann die her transportieren oder so aber ich kann die auch da drüben teilen eventuell dann kann man dann von hier darüber gehen oder zum beispiel wenn man jetzt ich weiß nicht jetzt zum beispiel jetzt später auch einen wolf oder so hat dann kann man muss man den nicht extra mit dem boot rüber fahren sondern kann dann einfach hier rüber laufen das finde ich eigentlich eine ganz coole idee und das habe ich jetzt auch schon alles ich hoffe mal dass ich genug ressourcen habe ich weiß nicht ich habe jetzt glaube ich 300 pillars und 130 140 ceilings hergestellt ich denke mal das wird nicht reichen aber man weiß es nicht cool das funktioniert nein egal ich habe hier schon mal anfang gemacht um zu gucken was richtig war ich hatte es vorher direkt über der wasseroberfläche oder hat man diesen blöden tun wie man übers wasser läuft da hab ich das halt nur eine etage jetzt höher gebaut damit man halt diesen planken wenn man hier halt über das holzlöster hat und jetzt werden wir unseren track dort hinten bepacken und dann fangen wir mal an zu bauen eigentlich mittlerweile bin ich sogar gar nicht mehr so schlecht dass hier die berge und die ganzen sachen weg sind irgendwie es gibt neue möglichkeiten wie man jetzt das hier nutzen kann ist ja auch nicht schlecht 150 ceilings habe ich sogar in dem jetzt erst mal ok irgendwie seit seitdem die center map hier als offizielle draußen ist gibt es immer wieder so kleine rucklaufen server ist ein bisschen komisch das verstehe ich nicht so ganz aber ist halt so genau jetzt kommst du mal mit trike so die machen da wieder schön spaß so jetzt hinter uns her das gut das hört sich falsch an sondern mal sehen wie gut das jetzt gleich klappt davon sind auch hier deswegen muss ich ein bisschen aufpassen ich könnte natürlich auch das boot nehmen nee warum so der steht jetzt da dann auch nicht mal hier das da rein das da rein so und dann wird da gebaut so nein das hatte ich jetzt schon so oft nein das wollte ich nicht perfekt ich denke das wird schon reichen das wird doch wohl reichen so und da das jetzt auch ein bisschen länger dauert und ich mich da auch eher schneller geht wenn ich ein bisschen hier mich nur darauf konzentriere seht ihr das bisschen schneller mit musik unterlegt und dann bis gleich bis gleich bis ali bis 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 zum nächsten Mal. 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 Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und... Jetzt noch mal. Ja, an den Seiten. Und... ... 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